Und ich sage Hallo und ein ganz ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Port Lego Harry Potter. Ja, wie versprochen gehen wir jetzt hier in den nächsten Level rein, nachdem wir ja die letzten Male eher ein bisschen rumgehampelt haben, um es mal vorsichtig zu sagen. Also, ich habe jetzt auch tatsächlich endlich hoch mal angemacht, hier wieder mein rotes Kästchen, dass ich die Münzen da einsammeln kann. Und, ach guck mal, die sind da runtergefallen, das ist ja auch doof, ne? Und ich habe auch schon Münzen ausgegeben, also ich bin in der Winkelgasse gewesen, ich habe da ein paar Figuren freigekauft. Ja, halt, was wir so eingesammelt haben, ne? Wir haben ja die letzten Parts doch einige Figuren eingesammelt gehabt und die habe ich jetzt halt mal freigeschaltet, sozusagen. Die muss man dann ja immer noch freikaufen. Das habe ich jetzt gemacht. Obala. Natürlich alles mitnehmen hier, ne? Ach, das ist aber auch hier bei Harry, ist ganz schönes Mistwetter immer noch. Gehen nicht da runterfallen, ne? Ja, hier genau, den Schrumpfkopfzauber. Haha, den habe ich mir auch noch gekauft. So. Guck mal, hier ist noch... Die Ecken muss man ja immer doch ablaufen. Vorsicht, Hermine, Vorsicht. Ron. Habe ich da jetzt irgendeine Lampe vergessen oder so? Ne, die habe ich beide mitgenommen, ne? Ja. Ach, na, aber guck mal, da kommt ja noch was raus. Ach, guck mal an. Ja, siehste, gut, dass ich noch mal geguckt habe. Ach ja, aber das ist schon blöd, dass da so viel auch runterfällt, oder? Also, das finde ich schon ein bisschen doof. Naja, gut, egal. Guck mal, aber dann machen wir das jetzt auch noch. Meist, das segelt halt runter. Egal. Und dann können wir die hier auch noch machen. Und die da oben auch. Oh Gott, ob wir jemals in dem Level ankommen. Ich habe da so meine Zweifel. So. Und da oben ist noch eine Lampe. Die können wir noch mitnehmen. Und zack. Sehr, sehr gut. Okay. Weil die Münzen, die kann man schon... Also, weil da kann man einfach... Man kann einfach echt ein paar ganz nette Sachen kaufen. Und ich kann die ganzen roten Schachteln zum Beispiel noch gar nicht holen. Dafür fehlen mir die Münzen. Ich konnte nicht mal alle Figuren, die wir bis jetzt so gefunden haben, freischalten, weil ich dafür nicht genug Münzen habe, tatsächlich. Und, ähm, ja. Deswegen kann man die ruhig mitnehmen. Schaden tut es auf alle Fälle mal nicht, ne? So. Hier nochmal. Achso, ne, die muss ich hier... So. Hervorragend. Sehr, sehr gut. Okay. Okay, was haben wir denn hier jetzt? Ach Gott, was ist denn hier los? Okay. Ja, dann. Machen wir mal, wa? Ah, na, 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 na. Äh. Okay. Ja, da, ähm, huschen wir mal wieder... Ah, ne, guck mal, hier sind noch Münzen. Die sammeln wir jetzt erst ein, bevor wir da wieder raushuschen. Ah, voilà. Hier, was machst du denn da oben? Hallo? Hallo? Na gut. Oh, voilà. Ach, hier ist wieder sehr viel zum Kaputtmachen. Ja, ich sehe das schon. Das sind Bolien dann, ne? Oder so. Okay. Gut, dann... Oh, voilà. Ne, da müssen wir... Von der Seite? Sonst müssen wir nochmal rumschwimmen. Ne, so geht's. So geht es. Okay. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier noch so ein bisschen zum Kaputtmachen? Hier waren wir noch nicht fertig bei der Pflanze. So. Einwand frei. Upsala. So, was haben wir hier jetzt noch? Blümchen. Ach, das rutscht natürlich alles runter. Das ist, ähm, schon etwas... Etwas... Äh, die kriegt man ja dann auch nicht, ne? Da muss man ja so viel schwimmen. So, egal. Komm, hier. Was ist denn das hier? Eine Angel. Was angeln wir denn da jetzt? Na, zeig mal. Was gibt's? Ach Gott, was ist das denn? Das wird ein Frosch bestimmt, ne? Ich guck mal. Aber ich würde sagen, das wird so ein Frosch. Ah, zwei sogar. Guck. Ja, cool. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Okay. Ähm... So, jetzt hier. Die noch. Die noch. Oh Gott, hier, Randale hochziehen. Die meisten Sachen rutschen halt runter jetzt. Naja, gut. Macht nix. Hier, dann können wir die Pflanze noch machen. Und nochmal. Jetzt gelange ich nimmer ran, oder what? Machen wir halt die Blume. Äh... Ach, und im Wasser kann ich ja nicht zaubern. Naja, egal. Hier kommen wir. Lass mich raus hier. Hier den Pilz nehmen wir aber noch mit, würde ich sagen. Na, also... Was haben wir hier denn noch? Einmal rumrandalieren. Im Kreis hier. Okay. Den Pilz müssen wir rausholen, glaube ich. Ja, und dann können wir hier. Jawohl. Das hat sich doch gelohnt, auf jeden Fall. Okay, die Kiste können wir auch noch kaputt machen. Achso, guck mal, jetzt können wir hier was bauen. Alles klar. Was wird denn das? Ah, da stehen die beiden anderen... Ah, nee, doch nicht. Geht. Was ist denn das? Ach, ein Steg hier. Für den Schüler in Gefahr. Eieiei. Ja. Ach, guck mal, da können wir was einsammeln. Das ist ja schön. Okay, was haben wir denn hier? Ein Smoking für Ron. Ja, sehr schön. Dann braucht er nicht im Schlafanzug rumlaufen. Den haben wir letztes Mal, glaube ich, freigeschaltet. Im Schlafanzug. Darf er auch was Schickes anziehen. So, die Pilze können wir hier noch machen. So. Okay. Da sind noch mal Pilze. Da da so ein Kessel steht, ne, vermute ich ja mal fast, dass man den hier auch brauchen könnte, ne? Also, ich weiß es nicht. Umsonst wird er da ja wahrscheinlich nicht sein. Oh, ich wollte doch nicht hier runterrutschen. Obula. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jawohl, na, das ist... Das ist echt... Das ist so schade, ne, dass das ganze Zeug hier... Weil das kriegt man auch so schnell nicht eingesammelt. Also, da lohnt sich das Reinspringen bald nicht. Okay, was haben wir hier denn noch? Das können wir noch wachsen lassen hier. Zack, zack. Und nochmal. Einmal geht noch. Sehr schön. Gut, gut, gut. So, jetzt hier die noch. Ja, ja, ich komme da gleich. Ich komme da doch gleich. Kein Stress hier. So, hier noch. So. Okay. So, hier der Maulwurf geht noch kaputt, wach. Und die Pflanze geht auch noch hier. Alles klar. Ach, guck, ein Vögelchen. Ein Vögelchen. Ja, das Zeug, es geht eh ins Wasser, also. Egal. Okay. Nein, nein, nein. Ich will genau den Maulwurf, wollte ich. So. Ah, cool. Sehr cool. Okay. Alles klar. So, jetzt aber. So, jetzt aber. Dann, wo members. Oh. So. Oh. 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 So. Okay, da war ich sowieso gespannt, wie das jetzt sein wird hier. Wo müssen wir denn hin? Können wir uns... Ach, guck mal, hier können wir auf alle Fälle auch Sachen kaputt machen. Das ist doch schon mal was. Haha, okay. Ahje, na gut. Lassen wir uns Zeit, ne, und gucken uns jetzt hier erstmal um. Das ist ja... Das ist ja cool, ne? Wir können, glaube ich, mit Cedric wechseln. Ja, wir können mit Cedric wechseln, alles klar. Sehr cool. Okay, dann... Da brauchen wir jetzt wenigstens nicht rumschwimmen, um die Münzen einzusammeln, weil das wäre auch sehr, sehr lästig, ne? Also muss man schon sagen. So. Oh Gott. Aber dafür viele kleine Sachen zum Kaputt machen. Ach so, und haben wir irgendwo eine Anzeige, ähm, wie lange wir denn hier tauchen können? Nicht, dass wir hier die ganzen Sachen kaputt machen und danach stehen wir da mit unserem Talent, ne? Wäre auf alle Fälle für mich relativ typisch. So, guck mal. Jetzt gehen wir hier mal lang. Okay, 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 okay. Ach, guck mal. Da oben ist noch... Was? Sehr cool. Okay, hier geht's aber gar nicht weiter, glaube ich, ne? So, was haben wir hier denn? Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Behälter oder so, ne? Aber da kann ich noch... Na, da kann ich nichts machen, glaube ich. Das können wir noch machen hier. Ah, das ist schon sehr nett gemacht hier. Also, ähm, gefällt mir auf alle Fälle das Aussehen wieder sehr, ne? Von dem... Von dem See. Okay, da war ich ja, wie gesagt, ich war schon sehr gespannt, wie die das machen wollen würden. Man weiß es ja immer nicht. So. Da hier kaputt, 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 kaputt. Und noch mehr kaputt. Und... Okay. Okay. Okay, alles klar. Ach, guck mal, jetzt ist das zugegangen, da. Der komische Behälter da vorne. Da kann er leider immer nur von der Pflanze ein nach dem anderen machen. Das geht nicht, dass man die so untereinander wegmacht. Ne, da kann ich aber nichts machen. Okay. Alles klar. So. Okay. Dann können wir hier... Ah, da ist noch... Guck mal, eine Muschel. Oh, drei von neun. Ja, siehste. Da müssen wir sowieso... Aber hier ist doch, glänzt doch was lila, ne? Ja. Da komme ich so nicht ran. Da kommen wir bestimmt später dran vorbei. Ich hoffe es auf jeden Fall. Sonst, ähm... Verpasse ich wieder die Hälfte. Wäre nicht der erste Level, wo mir das passiert. Was liegt da noch? Ah, das ist... Ah ja, okay. Nochmal. Okay. Was haben wir hier? Zack, zack, zack. Nochmal. Zack, 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 zack. Okay. Ähm. Tja. Gute Frage, ne? Wo denn jetzt lang? Guck mal, die Pflanze hier kriegen wir auf alle Fälle noch kaputt. Von hier. Oh, mein Gott. Wenigstens können wir hier unter Wasser unsere Zauber überhaupt benutzen. Normalerweise geht das ja im Wasser nicht. Okay. Und... Ja, Cedric steht da leider immer ein bisschen im Weg. So, und hier nochmal. Und nochmal. So, und jetzt gucke ich mal gleich, ob man da oben irgendwo lang muss. Das könnte ja auch sein, ne? Weil ich kann, ähm... Ja, ich gucke mal, ob es oben irgendwo lang geht. Nee. Oben geht's auch nicht lang. Ha. Und da geht's auch nicht lang. Na, wo müssen wir denn lang? Na, das ist ja hier wieder Wegfindung. Ich kann also nicht, ähm, weiter vor oder zurück. Also jedenfalls ging's bisher nicht. Ich werd's jetzt... Ha. Da müssen wir bestimmt hier rein, oder? Komm her, hier. Ah. Clever. Aber das ist ja cool gemacht, ne? Das ist ja nett. Okay. Ja, dann holen wir jetzt hier erstmal noch die Sachen, die wir hier noch einsammeln können. Guck mal. Oh, voilà. So. Guck mal, da ist nämlich noch hier so ein... Schatzkisten. Oh, voilà. Typisch... Ah, cool. Guck mal. Was haben wir denn gekriegt? Ah, Harry, Seeaufgabe, die Klamotte. Sehr cool. Das gefällt mir ja. Sehr schön. Lohnt sich doch immer auch, die Wege nochmal zurückzugehen. Und... Und nochmal. Und nochmal. Ich glaube, einmal noch und dann haben wir sie. Okay. Ach, da oben noch. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Was haben wir denn jetzt? Hier ist noch eine Pflanze. Die, ähm, zerschroten wir natürlich auch noch. So. So, einmal noch. So, und dann weiter geht's. Ja, ne? Hier ist doch irgendwas... Guck mal. Da glänzt so was lila an der... An der Pflanze. Ah, hier. Ja, genau. Sehr, sehr gut. Da glänzt auch was Lilanes. Die Sachen sind aber dann schon sehr arch gut versteckt, ne? Also, durch das Ganze... Ach, guck mal. Einer von sechs. Oh, da müssen wir nochmal zurückschwimmen, ob wir sowas übersehen haben. Okay. Ne, hier ist nichts Lilanes, ne? Kein Stein oder so. Weil das wäre ja schade, wenn man dann hier gleich am Anfang... Meistens ist es ja so, wenn man noch nicht weiß, was man so sammeln muss. Ne, dass man da was übersieht. Aber ne, sieht nicht danach aus. Okay. Dann würde ich sagen, wir tauchen hier jetzt wieder ein. Und hinein. Und gehen hier weiter entlang. Aber wir tauchen weiter gemeinsam erst im nächsten Part, wenn es wieder heißt Lego Harry Potter. Ich wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!